Ja, herzlich willkommen nach der Mittagspause. Wir diskutieren heute über Open World Gardens. Soziale Netzwerke demokratisieren, lautet der Untertitel. Und ich darf vorstellen, zum einen Christoph Kappes, Unternehmer, Agenturgründer, Jurist und Informatiker. Christoph Kappes ist Kopf der Internetagentur Fructus und publiziert unter anderem auch bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gerade aufgefallen mit dem offenen Brief an Google+, wo es darum ging, die Pseudonyme für das soziale Netzwerk Google+, auch durchzusetzen. Und ich begrüße zum anderen Jan Schöllerbeck, Mitarbeiter der ULD, der Unabhängigen Landeszentrale für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Wer Herrn Schöllerbeck noch nicht kennt, der kennt sicher seinen Chef Thilo Weichert, der in den letzten Tagen aufgefallen ist mit seiner Forderung eines Facebook-Verbots oder vielmehr mit der Forderung, den Like-Button doch abzuschaffen und zwar auf Seiten von Firmen und öffentlichen Organisationen. Ich denke, auf diese beiden Aspekte kommen wir später noch zu sprechen. Als Einstieg in die Debatte interessiert mich nun vor allen Dingen Demokratisieren von sozialen Netzwerken. Wenn ich an soziale Netzwerke denke, dann ist es für mich in erster Linie ein extrem demokratisches Tool, bei dem Grasgrußorganisationen politische Botschaften verbreiten, bei dem auch viele den sozialen Netzwerken sogar zuschreiben, dass sie Diktatoren in arabischen Regimen gestürzt haben. Warum sprechen wir heute darüber, soziale Netzwerke zu demokratisieren? Herr Schöllerbeck. Wir hatten ja im April diesen Jahres hier in diesem Raum eine große Konferenz, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Warum das nötig ist, haben uns ägyptische Dissidenten erklärt, weil wir mit Twitter und Facebook Infrastrukturen haben, die es auch sehr leicht machen, für staatliche Institutionen dazwischen zu grätschen sozusagen und einen zentralen Angriffspunkt bieten, Daten, Informationsflüsse abzugreifen. Und wir müssen uns eben fragen, wer hat eigentlich die Kontrolle über die Informationsflüsse unseres sozialen Miteinanders? Wenn ich mich mit Leuten hier aus dem Saal beim Kaffee unterhalte, dann ist das eine relativ intensive, intime Gesprächssituation, auch wenn die Inhalte nicht immer intim sein müssen. Und für einen überschaubaren Kreis von Leuten mitzuschneiden. Bei sozialen Netzwerken ist das für uns nicht unbedingt so transparent, welche Inhalte wo mitgeschnitten wurden. Und dabei geht es mir jetzt nicht um die Startschwierigkeiten, dass Leute statt Private Public klicken und aus Versehen ihre South-Party-Bilder irgendwie auf ewig ins Netz gestellt haben, sondern es geht mir darum, wer hat eigentlich noch Zugriff im Bedarfsfall auf Daten, die dort entstehen. Das ist ein Paradigmenwechsel, den wir da haben. Und die Demokratisierungsoptionen, die da drin bestehen, sind eben die Möglichkeit, dass man sich überlegen könnte, wie kriegt man das infrastrukturell anders aufgebaut, wie kriegt man das anders konstruiert, ohne dass es so zentrale Akteure gibt. Denn das Netz war eigentlich mal eine dezentrale Infrastruktur. Und bisher haben sich im Netz dezentrale Infrastrukturen auch als erfolgreich erwiesen. Und meine These ist, dass das auch bei sozialen Netzwerken passieren wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt ja schon durchaus dezentrale soziale Netzwerke. Ich denke an Diaspora als Alternative zu Facebook. Und Herr Kappes, was meinen Sie? Es ist ja bisher noch nicht so erfolgsgekrönt, das Diaspora-Projekt. Woran liegt das? Naja, das liegt zunächst mal an den Ressourcen, die das Projekt zur Verfügung hat. Wenn Sie sich die großen sozialen Netzwerke angucken, da ist ja unbestritten, dass da dreistellige Millionenbeträge drinstecken. Deswegen ist das sicherlich ein Faktor. Der zweite Faktor ist auch der Faktor Zeit. Der dritte Faktor, wenn man sich mal im Netz die Kommentare von Technikern anguckt, ist sicherlich auch eine Frage von Codequalität und ähnlichen Dingen. Erst danach reden wir ja von Akzeptanz. Und dann reden wir von Geld, das man braucht, um Marketing in die Gänge zu setzen und Geld, das man braucht, um Dinge zu multiplizieren und Geld, das man auch braucht, um dann eben Partner mit auf die Plattform zu holen und ähnliche Konzepte. Das heißt, wenn solche Projekte gefördert würden, gäbe es durchaus eine Chance, dass Alternativen zu Facebook und den ganz großen Playern entstehen? Ja, aus meiner Sicht ja. Wir marschieren ja jetzt direkt auf die Lösung zu, ohne dass wir, oder eine der möglichen Lösungen zu, ohne dass wir das Problem definiert hätten. Das macht mir so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber aus meiner Sicht ist das eine Antwort, die aber weit über die Frage von sozialen Netzwerken hinausgeht, sondern ist einfach eine Antwort auf mehrere Fragen. Also, wie kann generell in der Gesellschaft Software entstehen, die möglichst ohne Einfluss, der wirtschaftlich oder politisch motiviert ist, genutzt wird? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage, die da aber auch mit dran hängt, wie kann auf Basis von bestimmten Komponenten, Algorithmen, Softwaretechnologien, Konzepten, Teams und anderen Ressourcen eben etwas entstehen, was eben auch wirtschaftlich Nutzen stiftet? Und da wäre das eine Antwort, ja. Ich hätte auch gar keine Hemmung, wenn wir hier schon sind, zu sagen, wir brauchen an der Stelle eine politische Entscheidung, die sehr, sehr mutig ist, aber die sich meines Erachtens auszahlt, größere Beträge und das sind nicht nur dreistellige Millionenbeträge, in diese Infrastrukturen hineinzustecken, ja. Aber kommen wir noch mal zu der eigentlichen Ausgangslage, bevor wir Alternativen suchen. Besser ist es. Im Moment ist es ja so, Facebook, Google, Apple zählen zu den großen Playern, die ja komplette Systeme anbieten, in denen alle Bedürfnisse der Nutzer erfüllt werden. Ich als Nutzerin habe es da ganz bequem, logge mich nur einmal, bei Apple ein und habe dann iTunes, habe MobileMe, kann verschiedene Dienste zu Musik, Foto, E-Mail-Programm nutzen, habe den Vorteil, dass ich mir nicht mehr so viele Passwörter merken muss wie zuvor und dass meine Daten sich automatisch verwalten und aktualisieren. Eigentlich eine super praktische Erfindung. Was spricht dagegen? Und sie hat sogar noch weitere Vorteile, wie wir von Google gestern erfahren haben, spart es auch noch enorm Ressourcen, denn die Datencenter sind extrem sparsam im Vergleich zu einzelnen Komponenten. Spaß oder ernst beiseite. Ich sehe hier links und rechts von mir zwei relativ teure Handys. Das sind ziemlich attraktive Gadgets, die man heutzutage haben muss. Ich selber habe kein Ding, vielleicht habe ich einfach nicht genug Geld dafür. Aber die zeigen jedenfalls, dass Leute bereit sind, für elektronische Geräte Geld auszugeben. Und sie zeigen auch, dass es eine Frage ist der Vermarktung. Und warum sind die elektronischen Geräte so wichtig? Weil sie ermöglichen, dass die Daten beim Nutzer vorgehalten werden. Denn auf diesen Geräten ist größtenteils genug Rechenpower, um einen einzelnen Node in so einem sozialen Netzwerk effektiv zu betreiben. Das heißt, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass mein soziales Netzwerk auf diesem Handy läuft und nicht bei Facebook. Wie wird das funktionieren? Wie muss ich mir das vorstellen? Beispielsweise Diaspora bildet das ab. Nun kann man darüber streiten, ob das schon einsatzbereit ist. Ich würde sagen, nicht. Aber technologisch ist das genau das. Also die Diaspora-Software, ich weiß nicht, ob die auf Apple-Hardware läuft. Die ist wahrscheinlich für andere Hardware geschrieben. Aber vom Prinzip her könnte die auf so einem Gerät laufen. Auf einem Android wird sie wahrscheinlich sogar laufen. Und bietet da sozusagen so einen dezentralen Netzwerkknoten. Und wenn ich mit jemandem in meinem sozialen Netzwerk in Kontakt treten will, dann gebe ich dessen Handy-Kennung sozusagen ein. Wieder übersetzt über ein Domain-Name-System, wo wir es schon kennen. Standard-URLs, christoph.kappes.de oder wie auch immer. Und dann spricht mein Handy quasi direkt, vereinfacht gesprochen. Mit seinem Handy. Und wenn sein Handy nicht mit mir reden will, dann wird es das auch nicht beantworten. Gibt es denn auch diese Freundeslisten-Empfehlungen? Es sind eine ganze Menge Fragestellungen, die noch nicht 100% abgebildet sind. Aber natürlich kann man versuchen, gerade die Aufgabe des Social Search, die Sie damit ansprechen, oder so, technisch zu mediieren. Das wird anders laufen. Da müssen noch Verfahren entwickelt werden. Aber da sind Wissenschaftler auch dran, die zu entwickeln. Aber natürlich, dafür braucht man auch ein bisschen Forschungsaufwand. Da regt sich Protest. Ist das richtig interpretiert? Ich hatte eigentlich erwartet, wir kennen uns ja auch ein bisschen, dass wir uns weitgehend einig sind. Das sind wir wahrscheinlich auch. Aber ich würde jetzt vielleicht, bevor wir über solche Schritte reden, auch mal über Zwischenschritte reden. Zum Beispiel Portabilität von Daten. Und zunächst sogar mal, weil das könnte auch eine Lösung sein, dass Nutzer selber entscheiden können, auf welchem System zu kommunizieren. Und die Hürden zum Systemwechsel eben sehr gering sind, indem man volle Portabilität sämtlicher Daten hat und solche Dinge. Vielleicht sollten wir aber dann nochmal wirklich den Schritt nochmal zurückschalten und das Problem uns mal genauer angucken, mit dem wir es hier zu tun haben. Vielleicht stellen wir fest, dass es gar nicht ein Problem ist, sondern mehrere. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so ein Problem. Das wäre mein Petitum an der Stelle. Also gerade, weil ich ja nun auch zu den Leuten gehört habe, die an Google wegen Google Plus einen Brief geschrieben haben, da muss man sich ja schon die Frage nach der Relevanz im kommunikativen Umfeld stellen. Und man muss sich auch einfach mal die unterschiedlichen Sphären angucken, um die es geht. Also wenn hier die Headline ist Demokratisierung, dann hat das auf der einen Seite was damit zu tun, dass diese Kommunikationsmittel für den Meinungsbildungsprozess in der Demokratie wichtig sind. Das ist die eine Seite, die man mit einer politischen Brille sich anguckt. Die Praxis in neun von zehn Fällen ist aber, dass hier Leute untereinander kommunizieren. Und das in der Regel ja, nageln Sie mich jetzt bitte nicht fest, aber es geht hier in der Regel ja unter Privaten und Konsumenten selten um politische Diskussionen, die mögliche Repressionen auslösen. Da muss man ja ein bisschen auch das, wie soll ich sagen, die Kirche im Dorf lassen. Und dann reden wir darüber, wie die Kommunikation zwischen Privaten gestaltet sein soll. Ich will sagen, wir haben die Frage, welche Sphäre ist betroffen, also Meinungsbildung in der Demokratie oder Kommunikation unter Privaten. Und wir haben die Frage, welche Art von Eingriff wir hier wollen. Also von, in meinem extremen Fall, klassische Enteignung, wenn man das so verstehen will, mit der Demokratisierung über Infrastrukturen, die vielleicht öffentlich gefördert werden, Aufsichtsstrukturen, Ansprüche, Rechte und dann eben bis ganz klassisch in die klassische, sag ich mal, Gewerbeordnung hinein, die ja, wie soll ich sagen, also zumindest noch das reguläre System ist, wenn man Wirtschaftsunternehmen dem Primat der Politik unterwerfen will. Vielleicht ist das auch mit Demokratisierung gemeint, weil das ist nämlich der nächste Aspekt, der da dran hängt, der ja nun gerade gegenüber Facebook und Google Schwierigkeiten macht, weil die betreibenden Gesellschaften im Ausland sind. Und wie will man etwas der Demokratie, also der Volksherrschaft sozusagen unterwerfen? Wie will man ein Primat der Politik haben, wenn man es überhaupt haben will, wenn diese Unternehmen nach deutschem und europäischem Recht schwer zu greifen sind? Sie sagen, dass gerade nach europäischem oder deutschem Recht ist da gar nicht viel auszurichten. Wir hatten gerade diesen Fall oder haben noch diesen Fall in Irland. Da ist es so, dass ein Student geklagt hat gegen Facebook. Er hat seine Daten gelöscht und möchte nun wirklich Herr seiner Daten werden, was bislang nie vollständig möglich war. Und zum ersten Mal erleben wir jetzt, dass die Behörden wirklich aktiv zu werden scheinen und eine Hausdurchsuchung ansteht. Wie schätzen Sie das ein? Verändert sich gerade etwas im polizeilichen und politischen Prozess? Es verändert sich, glaube ich, ein bisschen was im Verhalten der Aufsichtsbehörden. Das sehe ich als Angehöriger einer Aufsichtsbehörde, der da mitarbeitet, mit großer Freude. Nun wird es hier sicherlich Kontroversen geben, um die Sinnhaftigkeit des Vorstellers zum Like-Button. Und da kommen wir sicherlich gerne auch gleich noch zu, weil daran kann man einiges deutlich machen, was genau in die Richtung geht von dem, was du gerade angeschnitten hast, Christoph. Für den konkreten Vorschluss in Irland ist es sehr begrüßenswert. Ich weiß, dass es in den Jahren davor ausgesprochen schwierig ist. Und es kommt immer auf die Bereitschaft der zuständigen Aufsichtsbehörden an, auch reinzugehen und von ihren Rechten Gebrauch zu machen. Das ist das eine. Das ist erfreulich, dass sich die irischen Kollegen jetzt dazu durchgerungen haben, das einer Prüfung zu unterziehen. Nun gibt es zwei Probleme dabei. Das erste ist, so ein Datencenter ist ja ein größeres Ding. Und die haben sich jetzt fünf Tage vorgenommen. Was glauben Sie, wie viele Mitarbeiter die dafür haben, um sich das anzugucken? Ich nehme an, das werden so zwei bis drei sein in Irland, ist nicht so wahnsinnig groß. Das heißt, entsprechend wird die Behördenausstattung da sein. Wenn nun zwei bis drei Leute in einem Datencenter Datenanalysen machen sollen und eventuell auch mal angucken sollen, wie da Datenflüsse aussehen, dann müssen sie eigentlich in den Source-Codes einsteigen. Das macht keine Aussichtsbehörde. Da würde ich meine Hand ziemlich für ins Feuer legen. Das heißt, eine effektive Aussage über Anfälligkeiten der Systeme und so weiter ist nur auf einer sehr oberflächlichen Ebene möglich. Aber immerhin, das ist ein erster Schritt. Das zweite Problem ist, dass in Irland eben ein Datencenter steht, weitere Datencenter aber nicht im Zugriffsbereich. Und es ist nicht so, dass Facebook nun eine großzügige Einladung erteilt hätte und gesagt hätte, kommt doch mal bei uns in den USA vorbei, wir würden gerne mal reingucken. Das Recht besteht zwar, dass wir da reingucken können, wir können es aber nicht durchsetzen. Das heißt, wir können in den USA beide Datencentern anklopfen, anders als in Deutschland und in Irland können die Aufsichtsbehörden aber dort nicht unter Hinzuziehung der Polizei im Amtswegeverfahren dort auch wirklich sich Zutritt verschaffen. Und ich gehe davon aus, dass ein derartiges Ansinnen in den USA auch nicht sehr erfolgreich sein würde. Das heißt, wenn wir hier zwischenhalten, die Gesetzeslage würden Sie gar nicht ändern, die Gesetzeslage ist ausreichend, es ist eher nicht umzusetzen, nicht realisierbar, es ist nicht genug Manpower da oder das Problem ist einfach zu umfassend, als dass man das auf diese Art lösen könnte. Ja, ich weiß nicht, Christoph kann das auch ergänzen, denke ich, aber es ist schlicht nicht leistbar. Wir können als Datenschutzbehörden nicht für die Integrität aller IT-Systeme in der Welt sozusagen da sein. Das geht nicht. Das ist aber vom Gesetz mehr oder weniger gefordert. Wir haben so eine Kontrollbefugnis und dadurch, dass wir die haben, kann ja sichergestellt werden, dass die Systeme auch so laufen, wie sie laufen sollen. Das funktioniert nicht. Da ist ein systematischer Fehler. Dann haben wir auch auf viele Geräte gar keinen Zugriff. Aber wie gesagt, selbst wenn wir den Zugriff hätten, können wir das nicht sicherstellen. Da muss man andere Stellen abfüllen. Herr Kappes, gerade Facebook ist doch jetzt in Deutschland in die Bahnen, ist eingeschränkt worden, ist in seine Schranken gewiesen worden. Da gibt es jetzt neue Richtlinien. Man darf nicht mehr ganz so achtlos mit dem Datenschutz umgehen wie zuvor. Wie schätzen Sie das ein? Was genau hat sich geändert? Und wie schätzen Sie diese Neuerung ein? Macht das Sinn, jetzt auf die letzten 48 Stunden Tagespolitik einzugehen? Meinen Sie das? Also die Äußerung von Richard Allen und ähnliches? Die neuen Datenschutzbestimmungen? Ist aus meiner Sicht nicht von Relevanz. Also, sorry, wenn Facebook hier sagt, ich habe das noch nicht gelesen, deswegen zögere ich ein bisschen, aber wenn Facebook hier sagt, was der Zweck der Datenspeicherung sein soll, ist das schön und das fordert das ULD ja auch. Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt der politischen Diskussion. Die zweite Veränderung ist, dass, glaube ich, Herr Allen gesagt hat im Gespräch mit Herrn Dr. Friedrichs, dass Facebook in Erwägung ziehe, sich mittelfristig der Selbstkontrolle der Wirtschaft zu unterwerfen, wenn ich das recht erinnere. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich das hier kommentieren soll. Das ist die falsche Baustelle und ich weigere mich langsam, ständig über falsche Baustellen zu diskutieren, über Like-Buttons und Gespräche, die geführt werden. Wir müssen mal zu den Themen kommen. Und eines der Themen ist, ob das Bundesdatenschutzgesetz und seine Strukturen überhaupt noch funktioniert und da ist meine Ansicht nein. Ganz klar nein. Ich habe jetzt auch die Lösung nicht für viele Fälle, aber solche Aussagen, wie der Kollege Schallerböck sie eben getroffen hat, zu sagen, jetzt erinnere ich mich an die Wortwahl nicht mehr, es ist auch gar nicht böse gemeint, aber man könne irgendetwas nicht tun oder so. Das ist immer aus der Sicht bei Datenschützern, das ist die Natur der Sache, weil sie Behörde sind, natürlich immer aufgrund der geltenden Rechtslage gedacht. Und was wir hier diskutieren müssten, ist, ob das aktuelle, ob das geltende Datenschutzrecht überhaupt die ganze Problematik erfasst. Also mal beim Beispiel des Like-Buttons haben wir es ja jetzt damit zu tun, dass im Prinzip mehrere Server hier etwas an die Oberfläche bringen, was der Benutzer als eine Seite empfindet und was Juristen dann für einen Dienst halten, weil sie nicht sehen, dass dahinter mehrere Dienste sind. Also hier ist die Frage, wie gehen wir mit solchen Frontend-Meshups um, dass jeder auf seiner Seite einen iFrame integriert, der von einem anderen Server kommt. Diese Konzepte, die wir da juristisch haben, die passen nicht. Oder bei solchen Diskussionen wie Impressumspflicht, was ständig Diskussionen auslöst bei, ich denke mal, wir können uns einigen, dass wir heute mal großzügig sind und auch Twitter für ein soziales Netzwerk halten. Solche Diskussionen wie Impressumspflichten, die dann bei Juristen dazu führen, was ist jetzt ein getrennter Dienst und was nicht. Oder bei Google Plus ist es ein eigenständiger Dienst, der dem TMG unterliegt oder nicht und ist eine Impressumspflicht oder nicht. Das passt alles nicht, weil hier strukturell vom Gesetzgeber nicht gesehen ist, dass jemand, und das ist das Wesen eines sozialen Netzwerkes, auf einer fremden Plattform kommuniziert und einen Bereich hat, den er selber zunächst mal primär unter Kontrolle hat. Das haben diese Gesetze meines Erachtens nicht gesehen. Ich komme vom Thema ab, ne, sorry, also... Bitte. Also ich stimme da halt nicht zu. Also ich sehe schon, dass wie auch Jan, dass dort erstmal prinzipiell die gesetzliche Geschichte ausreicht. Das Problem ist doch dort... Also nicht, dass dort Facebook oder jemanden zwingt, auf irgendwelche Seiten irgendwelche Sachen reinzutun, sondern dass man selber, also auch als Betreiber, überhaupt nicht die Kontrolle darüber hat, was man eigentlich auf diesen Seiten serviert. Und das heißt, wir haben da kein rechtliches Problem, sondern wir haben ein technisches. Weil wir auch sozusagen bei der ganzen... Also wenn wir über das Wort reden, reden wir über eine sehr, sehr hohe technische Hürde, die jemand haben muss, weil er verstehen muss, was er tut. Er muss verstehen, wie SSL funktioniert, was selbst Spezialisten nicht hinbekommen. Er muss verstehen, wie eben bestimmte Mechanismen sind. Und solange das nicht da ist, wird das nicht funktionieren. Ich meine, Gesetz... Ja, aber wenn jetzt selbst die Nutzer eigentlich nicht in der Lage sind, dort zu verstehen, was sie tun, weil das eben technisch auch gar nicht kompliziert ist, habe ich große Schwierigkeiten, das noch viel abstrakter darzustellen. Und wie gesagt, solange das nicht... Also nicht immer weiter, das geht, finde ich das Datenschutzgesetz so, wie das ist, schon ganz gut. Ja, also weil es eben auch eigentlich genau das formuliert, was man haben will. Wir sind jetzt in der Kontroverse. Es taugt das Datenschutzgesetz das Aktuelle oder nicht. Und ich würde hier diesen Moment, in dem das Publikum sich geöffnet hat, auch nutzen, um die Einladung auszusprechen an alle, die gerade auch ihre Beidung auf den Lippen haben. Und wer sich an dieser Stelle schon in die Diskussion einbringen möchte, der ist herzlich eingeladen. Ich möchte aber noch mal an Jan Schallerbeck den Ball zurückwerfen, das Datenschutzgesetz. Ja, nach Christophs Statement ist das für mich natürlich immer die Gelegenheit, eine Lanze für das Datenschutzrecht zu brechen, das dann so ineffektiv auch gar nicht ist, wie es immer ausschaut. Aber trotzdem geht es an vielen Stellen schlicht neben der Spur vorbei. Es ist überraschend, wie so eine alte Regelungsmaterie, zumindest vom Ansatz her, dann doch bei so viel Innovation so lange trägt. Und ich kann es nicht mehr hören, zu sagen, wir müssen die alten Regeln aus der analogen Gesellschaft auf die digitale übertragen. So ein Quatsch. Aber das Datenschutzrecht ist von vornherein kein analoges Recht gewesen. Das ist von vornherein ein digitales Recht gewesen, was im Prinzip darauf ausgerichtet ist, auf die Probleme der Digitalisierung, nämlich beschleunigt die Verarbeitung von Informationen und die omnipräsente Verfügbarkeit von Informationen zu reagieren. Und das tut es auch. Deswegen können wir so Probleme wie Facebook im Prinzip auch adressieren. Was aber schiefgegangen ist, ist die technische Entwicklung. Das ist derartig auseinandergegangen zwischen Recht und Faktizität des Internets, dass das jetzt wieder zusammenzuführen uns erhebliche Verrenkungen abbringt. Und nicht nur das. Es ist einfach total neben der Spur. Es funktioniert gerade gar nicht. Aber es hätte auch anders sein können. Man hätte einfach früher bei der Entwicklung von Infrastrukturen stärker mit berücksichtigen sollen, was man sich da einfängt. Das ist nicht einfach. Aber das sind vielleicht die Stellen, über die wir jetzt nachdenken müssen und gucken, wie kriegen wir unsere Infrastrukturen in den Griff. Und ja, wahrscheinlich müssen wir dann auch darüber nachdenken, weil wir dieses Auseinanderklaffen zwischen Recht und Wirklichkeit nicht ewig tolerieren können, wie wir im Recht nachjustieren, damit wir nicht Tausende von Leuten in die Illegalität treiben. Das heißt, wir haben jetzt Handlungsempfehlungen, die wir schon gesammelt haben. Einmal den Forschungsauftrag gesammelt, Diaspora weiterentwickeln, das Datenschutzgesetz weiterentwickeln. Wenn wir das im Detail weiterdenken, wie sähe das Ihrer Meinung nach aus? Ich setze ja eher bei den Infrastrukturen an. Also das ist das, was mich interessiert. Ich meine, seit fünf Jahren Standardisierung in der Internationalen Standardisierungsorganisation und kann man von dem Laden auch halten, was man will. Aber das, was mich dahin getrieben hat, war die Tatsache zu überlegen, das ist eigentlich der Ort, wo man möglicherweise an dieser Schraube ein bisschen drehen kann. Und das ist ein ziemliches, mühsames, bohrendicker Bretter. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, der richtige Ansatz, zu überlegen, wie kriegt man es an einigen Stellen grundsätzlich anders aufgestellt. Wir haben es heute Morgen in einem schönen Vortrag von Oprah gesehen. Irgendwie ist es etwas faul im Staate Dänemark oder hier im Staate Finnland. Es laufen alle Bildanfragen, die ich von meinem Handy aus mache, über einen Oprah-Server. Und das ist sehr effektiv, das ist gut, das funktioniert sehr gut. Aber das ist überhaupt nicht das, was ich will an der Infrastruktur. Ich möchte nicht, dass jedes Bild, was ich abrufe, bei Oprah ein Häkchen kriegt und sagt, darfst du? Und übrigens, jetzt weiß ich auch, welches Bildchen du geladen hast. Das möchte ich nicht. So, und da müssen wir umbauen. Ich hätte gerne zwei oder drei Fragen dazu. Wir sind gestartet vorhin mit sozialen Bewegungen in Nordafrika und das ist beklagt worden aus Kiel, dass der Staat da eingegriffen hätte. Bei uns in Deutschland gibt es Gesetze, dass zur Terrorabwehr und zur Abwehr von Staatsnot alle Dienste in alle Rechenzentren reingucken können und die Betroffenen nicht informiert werden müssen. Da gibt es keine Diskussion aus Kiel. Patriot Act in den USA, der wird heftig diskutiert in Kiel. Das Problem, was ich aber damit habe, ist, Sie sagen, Facebook ist scheiße, Google ist scheiße und empfehlen Software, so wie sie bei Cookies, wo das BSI sagt, Vorsicht mit Cookies, sagt der ULD, nimm meine Open Source-Cookies-Software für Cookies zum Trecken. Sie sagen, als Behörde die Aufsicht führen soll, wie bestimmte Sachen sein müssen oder sollten und Softwareen wirtschaftlich ersetzt werden sollten durch andere Business-Modelle. Ich habe da ein Problem mit, ob das Ihre Aufgabe ist und was noch viel schlimmer ist, das hat mit Demokratie doch nichts zu tun, wenn eine Behörde definiert, was gut ist für die Bürger, wenn 20 Millionen Facebook-Benutzer in Deutschland überhaupt nicht gefragt werden. Und dann gehe ich gerne auch auf das Opera-Beispiel noch ein. Da sagt der Kollege heute Morgen, der seit 1994, hat er glaube ich gesagt, bei dem CERN dabei war und das Web mitkonstruiert hat und wir seit dieser Zeit Bilder von zweiten Servern reinziehen, wenn wir das nicht haben, hat er heute Morgen noch auf Cascade-Style-Sheets bezogen, weil man da dann auch Fonds mit nachladen kann und so weiter, ist unser Netz tot. Und dann sagen Sie unter dem Label Demokratie, ich ULD in Kiel bestimme, das ist alles scheiße, das ist alles Paragraph 11, B ist Bundesdatenschutzgesetz, Auftragsdatenverarbeitung. Und wenn du diesen Mist einbindest, dann kriegst du 50.000 Bußgeld von mir. Das ist erstens unverhältnismäßig und zweitens undemokratisch. Deswegen ist meine Frage, wie kriegen wir das Spannungsfeld hin, dass die Bürger, die Betroffenen auch mitreden dürfen und nicht Behörden wie im Sozialismus über unser Glück bestimmen. Das war jetzt ein ziemlicher Rundumschlag. Vielleicht sollte ich vor die Klammer ziehen, ich spreche nicht fürs ULD, das macht mein Chef. Das heißt, wenn ich hier was sage, dann ist das nicht ULD-Meinung zwingend. Zweitens, ich würde einfach mal an der aktuellen Debatte um Facebook nochmal anfangen, was da sozusagen passiert ist. Und es hat sich in unserer Verwaltungspraxis gezeigt, dass wenn wir bestimmte Themen anschneiden wollen, die wir für problematisch halten und warum wir das dürfen, darauf hinzuweisen, da komme ich auch gleich zu, was für eine Rolle in der Demokratie eine Datenschutzbehörde, der eventuell hat, dass es da nicht immer hinreichend ist, wenn man vorsichtig bei den Anbietern, die problematisches Verhalten an den Tag legen, vorsichtig anklopft, sondern dass man an die Öffentlichkeit geht und auch deutlich macht, bestimmte Problemstellungen, die sich da ergeben, in die Politik zurückzuspielen. Und das ist hier genau einer dieser Fälle. Das heißt, wir können direkt gegen Facebook im Moment nicht vorgehen, auch wenn das Verhalten aus unserer Sicht problematisch, jedenfalls rechtswidrig ist. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist sozusagen gegen die Einsetzenden dieses Buttons vorzugehen. Und damit wird es in der öffentlichen Debatte wahrgenommen. Das ist sozusagen die Methode, mit der das gemacht wird. Ich halte die für richtig. Und ich halte die aus einem bestimmten Grund für richtig. Ich glaube, dass es beim Datenschutz um sehr viel mehr geht, als um den Sicherheitsabstand zwischen dem Arzt, der Arztrezeption und dem Patienten. Es geht tatsächlich um Demokratie. Und da sind wir uns ja offensichtlich einig, nämlich um die Frage von Machtverteilung, Zugriff auf Daten. Und dazu zählen ausdrücklich auch die Frage der Macht von Diensten und der Zugriffsbefugnisse auf Dienste. Und es ist durchaus nicht so, dass das ULD da immer die Schnauze hält, sondern dadurch auch die Stimme erhebt und dort auch Kontrollbefugnisse ausübt. Und die Datenschutzbehörden haben meines Erachtens da eine Sachwalterfunktion, die die Bürger aber auch selber einnehmen können. Aber sie sind mit Mitteln ausgestattet. Und das ist vielleicht der Gewinn der Demokratie, dass man sozusagen sich seine eigenen Kritiker reinholt und die eigenen Kritiker bezahlt. Sachverstand zusammenzuholen, der kritisch auf die Entwicklung der Infrastrukturen guckt. Und diese Aufgabe versuchen wir wahrzunehmen. Ob das nun immer genau in dem Sinne ist, wie das jeder von Ihnen im Raum sieht, das ist, glaube ich, eine nicht zu stemmende Aufgabe. Aber im Großen und Ganzen bin ich nicht ganz unzufrieden. Ich möchte die Debatte nicht abwürgen, wenn da noch, weil ich möchte ein anderes Thema ansprechen. Ach so. Ich würde schon noch gerne drei sortierende Worte sagen, die bei mir auch gerne mal ein Satz werden können. Also erstens, Google und Facebook, Scheiße. Das ist schon wieder ein Missverständnis. Ich habe äußersten Respekt vor dem, was Google, Facebook und andere hier tun. Das ist eine ingenieurmäßig grandiose Leistung, die wir in Deutschland nicht auf den Reifen bekommen. Und man sollte zunächst mal sagen, wow, das ist meine persönliche Meinung. Einfach nur mal von der Grundhaltung, nicht, dass da ein falscher Schlag reinkommt. So. Und der allererste Impuls wäre eigentlich zu fragen, wieso schaffen die das und andere nicht? Okay. So. Zweiter Punkt. Wir sind schon wieder bei einer Datenschutzdiskussion. Wenn ich mir aber den Titel hier angucke, dann sind es völlig verschiedene Dinge, die ständig durcheinander gehen in diesen Diskussionen. Das erste ist die Frage Datenschutz, Privatsphäre etc. So. Hier frage ich, und das tue ich provokant absichtlich, wo ist der Schaden? Ich hatte neulich eine Diskussion über Google Analytics mit einem Landesdatenschutzbeauftragten, wo man auch mal sagen muss, das eine ist die Rechtsverletzung, und das sage ich als Jurist, und ich kriege selber gerade mir sträuben sich die Nackenhaare, aber das eine ist die Rechtsverletzung. Das andere ist, dass wir seit zehn Jahren Analytics haben und niemand sagen kann, wo bisher ein Schaden eingetreten ist. Und wenn ich dann einen Datenschutzbeauftragten frage, dann sagt er, das Konzept des Schadens ist in meinem Denken nicht vorgesehen. Es geht nur um rechtmäßig oder rechtswidrig. So. Diskussion eins. Diskussion zwei. Wirtschaftliche Kontrolle, Marktbeherrschung. Das ist doch eigentlich eines der wesentlichen Themen. Wir könnten ja zum Beispiel sagen, nachdem wir über das Problem kurz gesprochen haben, dass die Pluralität der Systeme ja auch eine Lösung sein könnte, bevor wir sagen, da sind die zwei, wir müssen das jetzt anders machen. Zweites Thema. Drittes Thema ist die ganze Frage um Zensur und Inhalteeingriff. Das hat tatsächlich mit Demokratie und Meinungsbildungsprozess zu tun, und da wüsste ich gern, wo das Problem ist, außer dass einmal die Woche irgendwo auftaucht, Apple habe wieder einen Busen zitiert, oder Google hätte eine, und das sage ich, nachdem ich dem offenen Brief Herr Dr. Senges unterschrieben habe, also Facebook hätte wieder URLs unterdrückt, und dann suchen wir die 24 Stunden lang und finden das aber alles dann doch nicht so. Also, ich wüsste jetzt gern, wo tatsächlich das Problem ist bei dieser Frage von Diskriminierung und Inhalteeingriff durch die Großen. Da würde ich gerne eine Analyse machen. Und das Dritte ist das Thema Recht. Weil ich behaupte, und auch das ist bewusst provokant definiert, Recht zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es aufgeschriebene Regeln sind. Das täuscht. Das bloße Auge sagt, ja, hier ist ein Text und das sind Paragrafenzeichen. Das muss Recht sein, weil das hat jemand verabschiedet. Das ist ein formeller Rechtsbegriff. Materiell ist Recht dann gegeben, wenn Menschen wissen, wie sie sich verhalten sollen, weil dort Normen sind, die für sie entweder schon da sind oder die sie verstehen. Recht entsteht auch dann erst, wenn es tatsächlich durchsetzbar ist. Und das ist mein Problem mit einigen Teilen des Rechtes, nicht nur mit dem BDSG, dass es so komplex ist, dass nicht mal Experten es verstehen, dass Journalisten es durcheinander schmeißen und dass sogar Juristen da Probleme bekommen, die Konzepte zu verstehen in der Technik. Das heißt, ich behaupte, das, was wir hier finden, ist nur vordergründig Recht. Es ist kein Recht, weil Millionen von Anwendern nicht wissen, was sie hier tun sollen. Also ich würde eigentlich gerne nochmal einen anderen Aspekt ansprechen, der sich auch schon auf den Titel der Veranstaltung bezieht, nämlich die Offenheit als Prinzip. Und mir wäre wichtig, diese Offenheitsfrage auch mal gegenüber den Unternehmen, die diese sogenannten sozialen Netzwerke anbieten zu stellen. Wobei ich natürlich sehr gerne unterscheiden würde zwischen den Ansätzen, die hier so von Diaspora oder auch von OwnCloud oder viele Ansätze, die es jetzt so gibt, die zentrale Strukturen zu bauen, die eigentlich soziale Netzwerke nennen würde und zwischen den Werbeplattformen zu unterscheiden. Wie sieht es denn da aus? Das heißt, ist die Offenheit dieser Unternehmen bezüglich ihrer Praktiken, bezüglich ihrer Unternehmensstrukturen, bezüglich ihrer Unternehmensführung gegeben? Ich darf daran erinnern, dass die Unternehmen wie Google oder Facebook eigene Kremlin-Forscher haben, sogenannte Kreml-Forscher, die versuchen zu ergründen, wie eigentlich die Unternehmen sich strategisch aufstellen, welche Divisionen von welchen Mitarbeitern mit welchen Zielen geführt werden. Das heißt, die Mitglieder dieser sogenannten sozialen Netzwerke, die sind oft sehr transparent und transparent wird als Prinzip hochgehalten, aber die Unternehmen und deren strategische Aufstellung und auch deren Führungsstrukturen sind sehr opak. Ich glaube, da könnte man, wenn man über Offenheit als Prinzip spricht, auch mal ansetzen. Denn da verstehe ich eigentlich gerade diese World Gardens. Und ein zweiter Aspekt, der mir noch wichtig wäre, wäre natürlich auch noch die Hardware dazu, die mir bei World Gardens auch einmal einfällt. Also wir haben eigentlich überhaupt keine Hardware mehr, über die wir zum Beispiel im Bereich der Mobiltelefonie noch wirklich Herrschaft haben. Ja, ich kann dem nur beipflichten. Wir können jetzt sozusagen versuchen, das weiter sozusagen auszuzeselieren, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ins Detail gehen, über die verschiedenen Ansätze und Schwierigkeiten zu reden. Ich möchte aber trotzdem Christophs drei Worte mal eben aufgreifen. Ich habe beim ersten Punkt, den nehme ich mal als erstes, das ist die Frage nach dem Schaden und der Konstruktion des Schadensbegriffs, ohne dass wir jetzt immer wieder in die datenschutzrechtliche Diskussion kommen. Es gibt zwei Aspekte, die da mir immer zu einfallen. Das eine ist, konzeptionell ist es so angelegt, dass man sagt, die Persönlichkeit des Individuums ist dann betroffen, wenn ich nicht mehr weiß, wer was über mich weiß. Und zwar bin ich dann in meine Handlungsfreiheit eingeschränkt. Das ist die Überlegung des Bundesverfassungsgerichts. Die ist durchaus eine, über die man diskutieren sollte, dringend. Ich halte das 83er-Urteil an der Stelle für, na, würde sagen, 83er-Urteil ist das Volkszählungsurteil, was so die Basis für das moderne Datenschutzrecht liefert. Ich halte diesen Punkt für, ich halte es für extrem wichtig, dass wir uns als Gesellschaft darüber Gedanken machen, was da eigentlich dran ist. Ist das so? Weil wir fühlen uns vielleicht gar nicht so sehr eingeschränkt in unserer Handlungsfreiheit. Wenn dem aber so ist, dann wäre es konsequent, weil das dann ein persönlichkeitsrechtlicher Schaden ist, das im Wege des Schmerzes das Geld abzuwickeln. Und solche Vorschläge gibt es auch. Das würde zu einer dramatischen Veränderung der ganzen Bewertungslage führen. Einfaches Beispiel. Die Idee dahinter ist, das ist ein Vorschlag, der ist leider, muss ich sagen, nicht von mir vorgebracht worden. Wir haben das auch schon diskutiert worden. Da ist Till Steffens, damals Justizsenator in Hamburg. Der gesagt hat, wie wäre es denn, wenn wir für jede Datenschutzverletzung ein pauschaliertes Schmerzensgeld einführen würden. Und dann würden solche Sachen wie der Telekom-Skandal, den wir vor ein paar Jahren hatten, dazu führen, dass die Telekom bei einem geringen pauschalen Schmerzensgeldanspruch von 50 Euro plus vielleicht 100 Euro Gebühren für den Rechtsanwalt, der das vertreten müsste, für jeden einzelnen 150 Euro Unternehmensschaden hätte. Ich bin ziemlich sicher, dass es bei der Deutschen Telekom nicht lange dauern würde. Und die würden ihre IT-Sicherheitsabteilung, ihre Datenschutzabteilung, die sie schon mächtig aufgestockt haben, nochmal deutlich aufstecken. Und da sagt man dann nun, naja, das ist aber doch so teuer. Nein, nicht der Datenschutz ist teuer, die Datenverarbeitung ist teuer. Wenn man sowas machen will, wenn man für Kunden bestimmte Dienste anbieten will, wo man eben die Kunden solchen Risiken aussetzt, dann muss man dafür die Aufwände treiben, die es kostet, das abzusichern. Da ist möglicherweise der Schaden. Der andere Schaden, der ist nicht beim Individuum. Und das ist eine zweite Debatte, die wir da gesellschaftlich zu wenig führen. Das ist nämlich die Frage der abstrakten demokratischen Gefährdung. Und das Beispiel hier ist für mich immer zu sagen, naja, was machen wir denn mit diesem aggregierten Wissen über menschliches Verhalten, was bei Facebook zum Beispiel vorliegt. Die statistischen Auswertungsmöglichkeiten über die Verhaltensweisen mit minutiöser Aufzeichnungsdichte, die sind ja enorm. Und darüber lassen sich Aussagen treffen, die vielleicht relevant sind für die Empfehlung von Freunden und für die Empfehlung von Werbung. Aber die sind vielleicht auch relevant für die Beratung von Präsidentschaftskandidaten in den USA. Und wenn man das so ein bisschen exklusiv zugänglich macht, auch spielentscheidend. Darf ich da ganz kurz direkt sagen, wir sind uns einig. Wir sind uns einig. Das wissen wir auch. Also das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wollte ich nicht wegdiskutieren. Ich halte auch den Gedanken des Bundesverfassungsgerichts für sehr, sehr klug und leider verstehen ihn viele nicht, dass nämlich das Problem schon eintritt, wenn jemand in der Erwartung von Konsequenzen seine Meinung anders oder nicht äußert. Dafür muss es nicht diese Konsequenzen schon geben. Der zweite Punkt ist mit dem Schadensersatz, das zeigt eben, und das war meine These, dies Ganze wird mir zu dogmatisch angegangen. Deswegen habe ich auch das Beispiel Analytics genommen und nicht soziale Netzwerke, weil es gibt eben Bereiche, wo man sich einfach fragen muss, ist diese Rechtsdogmatik tatsächlich sinnvoll, weil sie führt zu einem Riesenwasserkopf an Papieren und ich meine 15 Monate Reaktionszeit auf den Like-Button, also zu einer Hüllenmaschine, die da losläuft, die aber am Ende dann wieder nur ein Stück Papier produziert. Und das ist das, was mir daran nicht gefällt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Dogmatismus im Kopf reduzieren. Ich wollte ganz gerne ein bisschen zwischen Christoph Kappes und Konstanze so einen Bogen schlagen, weil ich auf der einen Seite den Punkt, den Konstanze aufgebracht hat, sehr wahr finde. Also ich habe mir gerade noch mal die Prinzipien, die ja Facebook und Google explizit äußern, genau durchgelesen und die sind ja der Demokratie sehr verpflichtet und der Transparenz sehr verpflichtet. Das bedeutet aber, das geht eben aber nicht in dem Moment, wo es um Unternehmensstrategie und Ökonomisches ist. Also da hört die Transparenz dann auf. Das ist ein Punkt, den muss man, glaube ich, sehr ernst nehmen und ich finde den auch nicht weiter schlimm, aber man muss eben wissen, dass er da ist. Und wenn man dann gleichzeitig so etwas wie Facebook als einen öffentlich-rechtlichen Raum betrachtet und bestimmte Sachen einklagt, darf man das eben nicht so sehen. Ich versuche das immer so ein bisschen runterzuspielen mit dem Vergleich dessen, was Zeitungen machen. Zeitungen sind auch privat. Sie haben auch bestimmte ethische Richtlinien und haben privat, ja, ökonomisch können sie auch machen, was sie wollen und sich strategisch aufstellen, wie sie wollen. Und wir müssen, was wir, glaube ich, aber als Gesellschaft und auch vor allem in der Politik als Fehler gemacht haben, ist, dass wir hier kein Gleichgewicht geschaffen haben. Also wir haben die ganze Zeit gesagt, das Internet, das ist ein ökonomischer Ort, das ist kein Ort für den öffentlich-rechtlichen Raum. Wir wollten da keinen Bildungsraum draus machen. Wir wollten da überhaupt nichts anderes. Wir haben das alleine der Wirtschaft irgendwie zugeschoben und haben gar nichts anderes gemacht. Und ich finde, das fällt jetzt so ein bisschen auf uns zurück. Und wir, ja, als kritische Mitbürger stellen uns jetzt hin und sind so ein bisschen ratlos, weil wir auf der einen Seite sagen müssen, genau, Google, Facebook, wahnsinnig gute ingenieurstechnische Innovation. Wieso haben wir das nicht hier? Haben wir vielleicht ein bisschen zu viel der Wirtschaft überlassen, die hier nicht so stark war? Oder eben, also die Wirtschaft ist, was New Economy angeht, in den USA weitaus staatlich gefördeter als in Deutschland. Und zum anderen ist da eben ein bestimmtes Problem. Und ich finde das ein bisschen schade, wenn wir jetzt uns, ich habe, also das ist eine sehr deutsche Debatte, diese Datenschutzdebatte und Hilfe, jemand hat mir meine Daten geklaut. Und das ist, ich bin immer, ich lebe in Großbritannien, da ist das ganz anders. Ich bin da immer ein bisschen stolz auf Deutschland. Wir sind da quasi international Vorreiter und selbst Erik Schmidt sieht das als sehr wichtig an, dass es Deutschland gibt mit dieser lauten, so ein bisschen äh, äh, ich will jetzt aber auch was sagen, mitspielen, dann mache ich das mit dem Datenschutzstimme. Die ist gut, die ist wichtig. Aber ich finde, wir sollten dann auch so weit gehen zu sagen, wir wollen das nicht nur für soziale Netzwerke, wir wollen, dass alle unsere Firmen uns monatlich eine E-Mail schicken, Newsletter, welche Daten hast du über mich gesammelt? Weil gleichzeitig sagen ja alle Erwachsenen, ich gehe in den Supermarkt und gebe alle meine Daten her über meinen Einkauf. Da haben wir überhaupt keine Probleme und das nervt. Also mir wäre es ja noch lieber, diese Daten würden gar nicht erst anfallen und die müssten uns keine E-Mail schicken, die dann eventuell jemand zu lesen kriegt, der von dem ich gar nicht will, dass er sie liest. Aber, ähm, den Datenbrief vom CCC in Ehren. Ähm, ich wollte nochmal zurückkommen auf, äh, das Problem für die Demokratie im Konkreten. Äh, wir haben eben ein Beispiel gerade, wo sich das sehr deutlich zeigt, finde ich, und zwar mit der Zweiklicklösung von Heise, wo Facebook ganz offen droht zu sagen, wir werden eure URLs nicht mehr weiterleiten. Das heißt, in dem Augenblick, wo ein, also überhaupt, also wir reden über Web, also ein sehr verwundbares Netzwerk, wo es sehr, sehr einfach ist, ein Takeover der, der Clients zu machen. Und durch das SSL-Desaster, was wir gerade haben, da wurde richtig deutlich, dass wir ein richtiges, massives Problem haben. Auf der anderen Seite ist das so, wenn ich dort sozusagen vertraue, mit URL-Verkürzern und so weiter und nicht mehr weiß, wo ich mich eigentlich befinde und Daten von allen möglichen Seiten auslade und dann eben so Sachen habe, wie eine ganz konkrete Zensur von einzelnen Domains, einzelnen URLs, dann ist das sehr wohl ein sehr tiefer Eingriff in den demokratischen Diskurs. Und zwar einer, der auch nicht, überhaupt nicht tolerierbar ist. Entschuldigung, was ist ein Eingriff in den Diskurs? Wenn man dort sozusagen, also alleine schon diese URL-Verkürzer bei Twitter halte ich für einen ganz massiven Eingriff, weil es dort sozusagen auf eine Art und Weise was verschleiert, was mich sehr gefährdet als User. Wenn ich aber sowas wie Facebook habe oder das andere Beispiel, also habe ich kein Social Network, aber es ist halt auch ein schönes Beispiel, nämlich Paypal und die, in der Geschichte mit Rossmann, die gesagt haben, solange ihr Sachen aus Kuba verkauft, werden wir hier euch sozusagen die Abrechnung für die Produkte nicht mehr machen lassen. Das heißt, wie gesagt, das ist nicht Demokratie, sondern ein anderer Bereich, aber das zeigt halt sehr deutlich, dass dort aus politischen Gründen Dinge in solchen Netzwerken sich ganz schnell umkippen können. Und ich halte das eben für sehr wichtig, dass man genau sowas nach Möglichkeit unterbindet beziehungsweise auch in die Gefahr gar nicht reinlöfft, dass dort diese Manipulation oder dieser Einkauf erfolgt. Ja, ich habe das Gefühl, irgendwer sagt heute praying to the choir, dem kann ich zustimmen. Ich kann auch nochmal den Punkt der offenen Hardware aufgreifen. Ich denke auch, wir müssen bis hin zur Hardware über andere Infrastrukturmodelle nachdenken, weil das so nicht funktioniert. und das ist mit einigen gesprochen sozusagen der Auswuchs der vierten Revolution sozusagen nach der Einführung der Schrift, des Buchdrucks und so weiter. Kann es sein, dass wir an so grundlegenden Stellen auch intervenieren müssen, neue Regeln erfinden müssen und neu nachdenken müssen, wie wir uns organisieren? Und das dauert und das braucht auch ein bisschen Zeit. Aber wir sind, ich sage das nicht, um nicht trotzdem auf die Tube zu drücken. Die Frage der Offenheit der Infrastrukturen ist, glaube ich, auch eine, die uns einfach eine ganze Menge Probleme gar nicht unterbindet, die wir sonst, die wir jetzt haben. Wenn wir das versuchen, anders zu konstruieren, dann kommen wir in bestimmte Dilemmata und Machtpotenziale, wie du sie gerade beschrieben hast, gar nicht erst rein. Dann gibt es eben keinen Twitter, wobei, wenn du meinst, mag ich mich dem anschließen mit der URL-Verkürzung, aber das ist ja nicht das zentrale, das zentrale Problem. Ja, ja, aber es hört sozusagen nicht auf, weil wir einfach an ganz vielen Stellen Sachen grundlegend nicht gut konstruiert sind. Ich würde gerne noch auf das eingehen, was Frau Kurz gesagt hat, nur ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstanden habe. Können Sie das noch mal in einem prägnanten Satz sagen? Also die, da waren ja verschiedene Sachen drin. Also ich habe mal Mühe mit einem Satz, ich versuche es mal mit zwei oder so. Okay. Also mir ging es darum, diese Frage der Offenheit als Prinzip nicht nur anzuwenden für die technischen Strukturen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, oder die Rechtslage, oder die Rechtswirklichkeit, sondern eben auch zu fragen, wie agieren diese Unternehmen? Denn wenn wir über Demokratisierung reden und auch eingangs über die Fragen in Arabien, Nordafrika, stellen sich die Fragen auch hinsichtlich der Unternehmen selbst, also deren Ziele, deren tatsächlichen Aufbau und nicht nur sozusagen von Seiten der User oder von Seiten der Rechtslage, also tatsächlich für die Unternehmen selbst. Die haben eine große Macht. Wenn ich sehe, was der Google Index ist, so gibt es nichts Vergleichbares, was in der öffentlichen Hand oder in sonst einer Unternehmenshand wäre, mit dieser Menge an Wissen, auch mit dieser Menge an, ich sag mal, menschlichem, kognitiven Potenzial, denn wir sehen natürlich auch, was Google an Technikern wegkauft. Es gibt fast niemand mehr im Bereich neuronaler Netze oder Artificial Intelligence, die nicht bei Google arbeiten. Es gibt fast keine öffentlich finanzierte Forschung mehr, weil Google da einfach eine Menge Geld reinsteckt. Und da möchte ich natürlich gerne diese Offenheit auch haben, wenn so eine in manchen Märkten Monopolstruktur entsteht, dann finde ich, ist die einzige Regulierung, die das Unternehmen sich auch öffnet über die Möglichkeiten, die sie technisch hat und die sie strategisch verfolgt. Nein, ich kann dazu was sagen, nur ich weiß immer nicht so richtig, weil meine Denkstrukturen vielleicht anders sind. Vielleicht erlauben Sie, dass ich einen Gedanken dazu unterbringe, der eigentlich für die kurze Zeit vielleicht wieder eine Stunde dauern könnte, es zu diskutieren. Wir müssen uns nicht nur über die Frage unterhalten oder die Fragen, die wir jetzt gerade gehört haben, sondern ich glaube, wir müssen uns über die Frage der Machbarkeit und der tatsächlichen Besitzverhältnisse klar werden. Das ist eine schöne Diskussion, die wir hier führen, glaube ich, aber wir haben dabei zu bedenken, dass es im Hintergrund natürlich nicht irgendwas Anonymes gibt, sondern das sind real handelnde Personen und die kennen wir. Das ist eine Handvoll und wir wissen deren Besitzverhältnisse, glaube ich. Und wenn klar ist, wie die aufgestellt sind, dann müsste man diese Diskussion, soziale Netzwerke demokratisieren, vielleicht mal unter diesem Aspekt neu auflegen. Das wäre eine Empfehlung vielleicht für eine Folgeveranstaltung. Ja, das ist noch ein Aspekt. Also der Aspekt ist Change of Control bei den großen Unternehmen. Also wenn jetzt Larry Page sein Aktienpaket an einen russischen Oligarchen mit einem sehr großen Schiff verkauft und so weiter und so fort. Ja, das ist ein Thema. Da muss man auch langfristig schauen. Ich kann da als jemand, also meine Wirtschaftssynapsen sagen, dann seid doch wenigstens froh, wenn ein Unternehmen nicht in privater Hand ist wie Facebook, sondern wenn es an die Börse geht. Weil dann hat es automatisch Transparenzvorschriften und automatisch auch Aktionäre, die in Erwartungen eines Kurszuwachses investieren. Das ist die eine Antwort. Die andere ist zunächst mal die Frage, haben wir hier überhaupt eine Monopolstellung? Weil wenn ich mir die Märkte anschaue, dann, wenn ich das Beispiel Google Plus nehme, dann ist natürlich Google weit davon entfernt eine Monopolstellung zu haben im Markt der sozialen Netzwerke in Deutschland und dann reden wir eher von Facebook und auch da ist es ein Oligopol, wenn wir genau hingucken. Und dann sind es 23 von 50 Millionen Nutzern, also weniger als die Hälfte, weniger als die Hälfte der deutschen Online-Populationen nutzen Facebook. Also das nur mal so ein bisschen zum, um das in Relation zu setzen. Ich glaube, dass wir hier auf wahrscheinlich 35, 40 Millionen kommen werden und dass es damit tatsächlich auch Basisinfrastruktur wird. Aber wenn man sich Google anguckt und die überraschende Geschwindigkeit der Entwicklung, dass es eben hier eine Alternative zu Facebook gibt, bin ich noch nicht sicher, ob wir hier auf Monopolstrukturen zulaufen. Weil das kann auch sein, dass wir eine Oligopolstruktur haben. Also am Ende sind es 3, 4, 5, wie es auch normal ist in Märkten, weil ich habe dann auch 3, 4, 5 Automobilhersteller und 3, 4, 5 Handyhersteller, wenn sie nicht schwere Fehler machen. Ja, so. Also hier ist für mich das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen, sondern es guckt gerade in den Brunnen, sagen wir es mal so. Ja, ob es fällt, weiß ich eben noch nicht. Was die Offenheit angeht, denke ich, ist das schon ein richtiger Gedanke. Da würde ich Frau Kurz sogar zustimmen. Die Frage ist nur, wie ich zu der Offenheit komme. Und da glaube ich eben, dass wir mit normalen Strukturen, wenn wir zum Beispiel uns eine Gewerbeordnung angucken, dann gibt es solche Dinge wie Informationsansprüche von Behörden. Es gibt aktiv legitimierte Verbraucherverbände beispielsweise, die hier Massenklagen machen können. Es gibt Individualansprüche von Nutzern. Das ist die eine Ebene. Es gibt Betretungsrechte. Das ist das Thema von dem irischen Datenschutzbeauftragten. Es gibt mit extremen Zwangsgeldern und zwangshaft bewährte Ansprüche hier schon im klassischen Wirtschaftssystem, wo sie Unternehmen in die Knie zwingen können, weil sie sogar durchgreifen auf die betroffenen Personen, die hier Organstellungen haben. Also ich würde mir eigentlich wünschen, das wäre so meine Idee, wie es funktionieren könnte, dass wir eben tatsächlich den Weg auch gehen, dass wir Unternehmen, die in einem Markt agieren, auch zwingen, sich an das dort geltende Rechtssystem zu halten. Das wäre eigentlich der klassische Mechanismus, wie man das macht. Und dann kann man auch festlegen, was eigentlich die Spielregeln sind, zum Beispiel Diskriminierungsverbote, zum Beispiel gewisse, ich mache das Wort nicht, aber sagen wir mal Zensurverbote, einfach Spielregeln, Plattformtrennungsfragen, also darf jemand da aggregiert auch gleichzeitig Inhalte erstellen, ja oder nein. Also da gibt es einen Riesenbubble an Regelungen, über die man in aller Ruhe nachdenken kann, weil das Internet ist ja schon ein paar Jahre alt. Und das müssen wir auch nicht morgen machen. Und dann kämen wir ja dazu, wenn wir diese Technik des rechtlichen Durchgriffs in den Griff bekommen würden. Und da sage ich eben, und das ist der Satz vom Kollegen Schallerböck, der mich vorhin etwas irritiert hat, die Datenschützer sagen ja, wir haben keine Möglichkeit des rechtlichen Durchgriffs. Und ich sage eben doch, wir haben eine. Frau Aigner hat das auch versucht, das anzudiskutieren. Daraufhin hat sie aber ganz furchtbar auf die Mütze bekommen, und zwar von allen Seiten. Und für mich ist das als Ultima Ratio auch ein gangbarer Weg. Also ich bin da nicht begeistert, aber ein gangbarer Weg ist, die Unternehmen dort an der Stelle zu regulieren, wo sie tatsächlich auch wirtschaftlich Geschäft machen. Herr Kappes, das war schon ein wunderbares Schlusswort, aber vielleicht möchten Sie das Mikrofon gleich weiterreichen an Herrn Schallerböck, denn da würde ich auch gerne noch mal ein Schlusswort hören. Also wenn es drei Wünsche gäbe, wie sollte die Veränderung in sozialen Netzwerken, wie sollte die Demokratisierung in Zukunft ausschauen? Nun haben wir ja heute einen etwas größeren Bogen gespannt und sind ziemlich bald zum allgemeinen Datenschutz sozusagen gekommen und zum Privatsphärenschutz und der Demokratie. Und dann versuche ich mal drei Wünsche auf den gesamten Komplex aufzumachen. Einen sehr konkreten, das wäre tatsächlich die Verankerung von Schmerzensgeldansprüchen bei Verletzungen von Datenschutzvorschriften. Das würde einen erheblichen Fortschritt bringen. Der zweite Punkt, da würde ich Konstanz, das Punkt auch gerne noch mal aufgreifen. Jetzt war mir zwischenzeitlich entfallen. Das ist tatsächlich, dass man versucht, stärker an die technischen Infrastrukturen auch in ihrer Transparenz ranzugehen. Es gibt zu versuchen, die Abwägung zwischen Geheimnisschutz, dem Grundrechtlichen und dem Datenschutz anders abzuwägen. Es gibt dafür Ansätze in der europäischen Richtlinie, die sagen, dass man die logische Struktur der Systeme zum Teil offenlegen muss, aber eben mit im Moment starken Vorbehaltsklauseln. Ich habe dazu vor ein paar Jahren mal im Zusammenhang mit Open Source und Datenschutz was geschrieben, wo es genau darum ging. Und ich glaube, das ist eine zentrale Frage. Open Source ist aus meiner Sicht nicht in erster Linie ein Trick, mit dem man Innovation fördert, sondern in erster Linie ein Transparenz-Tool. Und der dritte Punkt, den ich mir wünschen würde, den hatte ich am Anfang aufgegriffen, ist, dass wir demnächst alle so sexy Gadgets auf unseren Tischen liegen haben, die aber die Sachen für uns machen und nicht für Apple. Vielen Dank Ihnen beiden für die angeregte Diskussion und auch dem Publikum. Und ich wünsche noch viel Spaß beim Verbreiten der neu gewonnenen Eindrücke. Vielen Dank.